In der Folge? Und jetzt gleich mal mit der Musik ins Video starten. Hallo, das ist schon wieder so. Wollen wir da nicht noch mal einen Versuch starten? Ist das so schlimm, die andere Ration? Das ist viel zu laut. Ja, kann man schon machen. Also wir kommen zurück hier professionell. Hier, ich wollte gucken, wo der wieder Zugang fährt. Er will nämlich bei uns in das Ding ins Gebiet. Und mich fühlt sich interessiert, ob er da backt oder ob er das... Oh, er backt? Ja. Himbeertorte 1, 2, 3. So, wir haben noch so viele Gebiete, die einfach noch nicht gemacht sind. Und hier ist jetzt der relevante Punkt. Ja, okay, es funktioniert. Wuhu! Die Spawns war so ein bisschen, aber das ist ja egal. Okay, er klappt. Ich habe es jetzt... Also A, was habe ich gemacht? Ich habe da so ein bisschen die Linie mal nach hierhin erweitert. Können wir das kurz Leopold Alexander annehmen? Leopold.Alexander. Ja. Oh, stopp, da muss man aber alles klein schreiben, weil das ist jetzt neu. Okay, das ist jetzt... Guck mal, das ist jetzt hier... Das hier ist... Guck mal, das ist jetzt richtig modern. Boah, guck mal, da ziehen wir bestimmt die ganzen modernen, hippen Studenten an. Ne, was ich ja mal gemacht habe, ich habe mir den Bus mal nach hier verlängert, weil... Damit hier eine schöne Umsteigerverbindung dazu besteht, dann können die nämlich hier... Wunderschön. ...mit dem Bus da hinfahren... ...und dann da umsteigen. Ich habe gehört, das ist... Guck mal, das wird auch schon ganz gut angenommen von den Menschen. Angenommen. Was macht unsere grüne Lunge? Die habe ich auch verbunden. Ich habe... Boah, ich habe richtig gearbeitet, du, ne? Von meinen... Oh, das sieht voll schön aus. Ich habe jetzt da so Fußwege, dann habe ich damit die da auch noch die Möglichkeit, den Bus zu nutzen. Oh ja, das ist voll schön. Dann richten wir einen Shuttle ein, der von hier nach... Shuttle! Von mir ist von hier nach da fährt, dann noch einen, der von da nach... Also, da so Busse. Boah, ja. Straßenbahn finde ich jetzt ein bisschen doof. Alter, fahren jetzt dann Busse. Hätte ich gesagt. So, und ich habe das hier gefixt, damit die hier nicht mehr... Alles klar. Alles gefixt, gar kein Problem. Hehehe. Ich habe natürlich alles gefixt. Äh, äh, okay, das... Das habe ich aber durch den Pfeil, habe ich das absolut nicht... Können wir bitte den Stein noch entfernen? Ich habe ganz viel... Ich habe... Sehen Sie nicht, ich habe hier alle, fast alle Steine... Also, ich habe tatsächlich... Guck mal, ich habe das extra noch auf Props stehen. Ja, aber da oben hast du an der Straße die ganzen Steine vergessen. Nicht Props an dein Toffee. So, also ich muss hier draufdrücken, auf Bulldotze. Und staunen die sich hier? Fahrt schneller! Fahrt schneller. Fahrt 32 formatierte Festplatten. Irgendjemand findet das witzig? Findest irgendjemand witzig? Nein. NTFS formatiert. Die dürfen da nicht drüber gehen, die Menschen. Die können einfach ein bisschen heizen hier. Heizen? Schleichen hier, immer da rumgeschleifen. Mit der 40, ey. Wirklich, ey. Mit 40 fängt das Leben zu leben an. Wie war das mit der vielen Musik hier? Okay. Ist egal. Also, das läuft jetzt hier. Sie? Oh, guck mal. Hä? Wo? Wo kommen denn die Leute hier? Ist doch voll schön. Okay, das heißt, dann müssen wir in dich hin. Muss alles noch so cool angeboten werden mit Bussen, damit die Leute hier Bus fahren stattzu. Dann machen wir jetzt das Shuttle fertig. Genau, das Shuttle. Und dann müssen wir hier noch Attraktivität und alles. Attractiveness. So, das heißt, ich hatte hier ja vor so einen kleinen Busbahnhof hinzu. Ja. Allerdings nicht den echten, weil der ist scheiße. Oh, dann können wir den sogar mit der U-Bahn noch verbinden. Ich mag den hier irgendwie nicht. Können wir den mit der U-Bahn verbinden? Oh Gott. Ja, klar. Das ist der Plan. Den finde ich doof. Der Plan. Den finde ich doof. Ich baue selber einen. Weil Dächer brauchen die Leute nicht. Das ist alles Luxus. Tja, aber da gibt es manche, die schon U-Bahn-Haltestelle mit drin haben. So ein Knoten. Bus und U-Bahn gibt es nicht. Und vor allem, wir haben ja die U-Bahn schon. Das heißt, der fährt dann hier nach da und dann haben wir noch einen von hier nach da. Also ganz viele verschiedene Busse. Ja, aber dass da Leute direkt vom Bus in die U-Bahn einsteigen können. Ja, die soll halt ein bisschen laufen. Oh, dann muss aber nicht hier der Busbahnhof. Dann muss der hier hin. Danke für ihren Einwand. Danke für ihre Zwei-Bahn. Was? Wie haben wir denn die sonst immer gebaut? Wir können unsere Umsteige zent... Nee, wir haben noch nie Bus gebaut. Natürlich haben wir Bus mal gebaut. Da oben. Und ich habe mir eigentlich was mal für die U-Bahn überlegt. Da. Da. Ah, Tatsache. Das sieht eigentlich ganz... Ah, das Nupsi. Ah, stimmt. Kann ich jetzt mit Notes und... Ich kopiere meine Notes, Segments und diese Nupsis da. Mhm. Wenn das ein bisschen too much ist, ehrlich gesagt. Guck mal, das ist doch keine U-Bahn. Das ist eigentlich nearly the same. So, eigentlich nehmen wir mal Trees, Notes und Segments. Hätte ich gesagt, oder? Mhm. Ja. Ganz mal so Frong. What? Ich bin ruhig. Oh, wenn das klappt, ey. What did I do, Frong? Das ist jetzt das Lorbeer-Viertel, das Touri-Viertel. Ja. Warte mal. Die Leute... Das kommt in... Wo kommt denn... So. Nee, von oben. Andersrum. Warte mal. Die fahren so rein, gell? Mhm. Doch, ja. Da ist diese... Ah, ja, ja, ja. Genau, da fahren die rein. Bedeutet, man kann das so machen. Ich würde das so rumdrehen, damit die vom Fußweg aus darüber gehen können. Nee, der Fußweg ist ja hier. Oder du willst, dass die so breit. Ja. Dann müssen wir es aber so machen, dass... Aber das ist... Es geht um die Einfahrt, dass die Busse so reinfahren. Ach so, ja. Und dann so wieder rausfahren. Damit das ein bisschen vom... Ja. Ach, guck mal, der zieht ja... Nein, es ist genau falsch rum. Nee, das ist einfach bidirektional. Ja. Ach nee, aber wir haben zwei... Aber wir können einfach die Richtung ändern. Ah, okay. Also, falls uns was triggert... Warum mache ich hier die Pause drin? Wo kommt denn die Pause... Ja, jetzt ist gut. Falls uns was triggert, wo kommt die Pause her? Jetzt ist gut. Das haben wir mal genug hier, äh... Der arme Sepp. Wir machen Fangirling, obwohl wir... Obwohl du gar kein Girl bist. Wer sagt das jetzt? Bist du kein Girl? Weiß ich doch. Ja. Nee. Das sieht scheiße aus. Das sieht doch gut aus. Fühlt sich das Gefühl aber gut aus. Nein. Doch, so. Ähm, genau. Jetzt kann man dann hier quasi den Bus reinflutschen lassen. Oh ja, zu den schwimmenden Gärten kann man dann rüberlaufen. Ach, dann fährt der Bus... Oder dann verbinden wir die ganzen Attraktionen. Dann fährt der Bus hier rein. Okay, das muss ich dann nach... Nein! Oh Mann, oh. Warum ist er so hässlich? Warum ist es so hässlich? So hässlich? So hässlich? So ausgesprochen hässlich? So hässlich? War es nicht? Ich sing zu viel, gell? Nee, ist mir noch nie aufgefallen. Ja, Mini-Splines. Nein, sie sind nirgendwo. So. Mini-Splines, sie sind nirgendwo. Oh Mann, das muss ich das... Das reicht. Ich hoffe, ich ne Bussteige brauche mir nicht. Ich will das nicht. Dann kannst du den auch noch bauen. Mann, oh. Nee, das ist... Das reicht. Dann kann da nur fast noch mal einer halten. Mhm. Mann, der hat mir so... Das sind auch die... Nein, die Ziegen. Die Ziegen? Da waren doch Ziegen. Wir haben da Ziegen hingebaut. Nee, da waren keine Ziegen. Oh, doch. War das... Wenn ich mich an irgendwas erinnern kann, dass wir da Ziegen in Schnabing, wäre es da. Ach, stimmt, sind die Ziegen weg? Aber ich glaube, dass sie auch eher... Dass das keine... Dass ich noch was anderes hätte markieren müssen, dass ich das mit verschiebe. Hättest du noch Props machen müssen? Ja, Props. Props an mich an der Stelle, dass ich das nicht gemacht habe. Ach komm, das sieht doch sonst teselig aus. Mach doch noch den einen Steig rein. Du musst es doch eh neu ziehen. Steig drei. Außerdem muss der also auch irgendwie wieder raus, ne? Oh, äh... Ach so, fuck. Nee, der kommt hier wieder raus. Hier geht er rein, dann geht er raus. Okay, dann haben wir gleich so einen Expressbus-Steig. So. Jetzt sind alle Fußwege weg. Also alle weg. Ja. So. What did I do wrong? Aber er kann da... Ach so. Er kann da. What did I do wrong? Josh, aber ich glaube, er ist da rechts reingefahren, um unten wieder rauszufahren, Josh. Was die früher gemacht haben, ist mir egal. Ich lasse die jetzt so reinfahren. Ja, aber deswegen war... War rechts so. Ja, pscht. Die hätten auch in beide Richtungen irgendwie fahren sollen, und die hier sollen jetzt ja nur in eine Richtung. Also das soll ja für alle ein End-Ding sein. Hier soll seinen eigenen Steig haben. Ender, 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 Ender. Elefant. Kennst du nicht? Nein, das geht A für Elefant. Echt? Ja. Okay. Okay. Er ist accepted. Challenge... Wow. Challenge accepted. Nein. So. Ja. Richtig so. Endlich sagt's mal einer. Endlich sagt's mal keiner. So. Das ist... Also das ist Mini-Spline-Party vom Allerfeinsten, du. Das ist... Das ist einfach richtig prima. Komm, jetzt mal... Sei mal bitte begeistert von dem, was ich hier mache. Bin ich doch? Also ich nicht. So. Schatz, sei begeistert. Bin ich? Ja, aber ich bin's. So. Jetzt müssen wir das... Da unten ist die Straße. Ja, wo kommt denn die Straße hier? Du hast gesagt, der arme Sepp. Ja, stimmt. Das halt immer. Aber das ist irgendwas, was mich gerade zur Zeit irgendwie... Trinkert. Naja, weil in City Skylights du tatsächlich mal irgendwo Straßen hinaust. So, und das wird... Oh, guck mal. The Highway to... Hell. Es ist nicht die Hölle. Doch, die grüne Lunge, die grüne Hölle. Oh, guck mal. Das kann man so'n... Das kann man so'n... Das halte ich für ne gute Idee. Mach dein... Aus dem Lorbeerviertel macht dein Lorbeerblatt. Ja, nee, das wär zu... Nee, jetzt sieht's gleich aus wie ein Toaster. Das wird aber nicht zugemacht wegen... Ist so. So, und da kommt dann hier so... Upsis. Guck mal, das machen wir... Oh, das machen wir sogar richtig. Guck mal. Weißt du, wir machen's nicht irgendwie. Wir machen's richtig. Soll ich auch nen Bus hinfahren? Eigentlich musst du ja auch nen Bus hinfahren. Wo? Da lang. Nach rechts. Aber ich will nicht so viele von denen... Nee, da kann man... Komm, das kann man ganz normal anbinden. Das machen wir einfach mal nicht richtig. Mach nen riesen Bussteig mit vier Bussteigen. Aber Hauptsache... Nee, der kommt nur in eine Richtung. Hm. Something that looks nice. Like this. So. Jo. Schön. Schön ist das. Habst du das gesehen, du? Ja. Haben wir es echt... Ja. Ja? Ja. 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 Die U-Bahn. So. Die hält jetzt hier. Das heißt... Und hier sind jetzt Bussteige, die noch nicht vollständig... Ich hätte es weiter unten machen müssen, damit der... Naja, das wird schon irgendwie... So. Eins, zwei, drei, vier... Nein! Oh, er kann zählen! Dorf. Zählendorf? Irgendjemand? Witzig? Nicht? Okay. Ich find's echt ganz... Ich find's ganz... Eins, zwei, drei, vier... Drei. Drei. Eins, zwei, drei. Ich find's zählen. Oh, die eine heißt Holmesstraße. Können wir die bitte nach Detektiven benennen, die Straße? Okay. So, da kann... Oh, guck mal. Das ist doch prädestiniert. Das hab ich hier gesagt, dass es prädestiniert ist. So. Prädestinare kommt schon aus dem Lateinischen und bedeutet... Ein Vorziel. Ich... Wahrscheinlich nicht, gell? Ich glaube, so nicht, nein. Ist egal, so. Aber Prozedere gibt's, glaub ich. So. Jetzt kommt da noch so ne... Und Feldweg. Drei Meter nasser Feldweg. Sind das wirklich nur drei Meter? Nein. Nein! Nö. Han sagt einfach, nö. Oh nein, sie haben Robberie! Ja, da ist auch noch nix. Da ist Robberie. Nicht nix. Tudu! Tudu! Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Kreuzung hier mache. Mary and Paul... Mary and Paul... Wie ging das von Otto? Mit der Bank Robberie von Mary and Paul. Kennst du das? Nee. Okay. Ich kann's ja auch nicht mehr zitieren, aber... Aber dat ist doch mal... Das ist wieder ein Ei. Nee, das ist ein Kreis. Okay, es ist ein Kreis. Es ist ein wunderschöner Kreis. Okay, es ist ein Kreis. Hast du's gerade wie einen alten Mann bezeichnet? Kreis. Nicht. Hä, Kreis? Hast du ihn gerade als Kreis bezeichnet, als alten Mann? Ach so. Nee, du hast ihn als Kreis bezeichnet. Stimmt. Ja gut, wo sie recht hat. So, nach Julian braucht auf jeden Fall ein... So. Damit's keine Robberie beim Julian gibt. Nee, es ist keine Robberie. Das ist Gesundheitsversorging. Hier und da. Und überall. Sorry. The fire. When I see fire. I call the Feuerwehr. When I see... Policeman. Warum ist denn... Ach so, wegen Sorobberie. Sorobberie. So. So. Wenn jetzt... In der City brennt, ist es dann auch ein I see fire. Okay, das war... Das war einst im Karma. Das war Karma. Und Karma ist eine... Ein Chamäleon. Ja, keine... Karma ist ein Chamäleon. Ja. Was machst du da? Eine... Ding. Du... Was machst du da? So verbindest du das aber nicht. Das war auch nicht der Plan. Sondern... Hör auf den Plan. Hör auf den Plan. Hör, was er sagt. Er war immer da. Nee, eigentlich nicht, ne? Wolltest du nicht gerade den Bus machen? Ja, aber dafür muss er ja hier... Er hier erst mal ne... Connection schaffen. So. Ja, aber das ist ja immer noch in der Luft. Ja, das... Kriegt jetzt so ne Schleife. Wir binden eine... Wir binden eine... Eine schöne Schleife. Wie ging das nochmal mit der Werbung? Um alles, was man gerne hat, bindet man eine Schleife drum. Deswegen... Alles, was einem lieb und kostbar ist. Warum kennst du eigentlich schon mit dir diese ganze Werbung? Oder? Alles, was uns wichtig ist und bla. Ja, irgendwie sowas. Genau. Bauen... Und was wir sehr gerne haben. Darum binden wir eine rote Schleife. Deswegen jetzt auch den neuen Persil. Ja. Jetzt mit Schleife. So. Das Robberi wird bald. Das ist der Endroborit. So. Wir brauchen noch mehr Geschäfte. Ähm. Ja. Das Sterben. Menschen. Das Krematorium. Wir haben lange keine Krematorien mehr in unserer... Ja, aber das ist so ein Premium-Krematorien. Wir haben 100.000 Leute! Wey. Party! Gibt es da zu einem Special? Nein. Ich überrede ihn noch. Das war dumm, weil da müsste ich eigentlich jetzt hier raus wegen der Kreuzung. Ich überrede ihn noch. Das war dumm. Gut. Gut. Buildings. Ich will kein Multi-Select. Multi-Select? Multi-Select. Ich kaufe gerne Multi... Also das Tomatenprodukt. Und ja, es gibt ein Tomatenprodukt. Als ich meiner Mama von Mutti erzählt habe... Äh... Äh... Kackdrecksscheißer... Dreck. ...ob es das wirklich gibt und ob ich ihr meine Flasche mitbringen kann. Das fände sie witzig. Hm. Naja. Das ist doch hässlich. Weil es ist tatsächlich leidabschüssig. Egal. Ich reg mich auf. Und zwar nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es kann. Josh. Ja. Darf ich das nicht zitieren? Doch. Ich hab das nicht gesungen. Ich hab's jetzt tatsächlich nur gedingsd. Gedings. Gedings. Jetzt bauen wir erstmal den coolen Bus. Da ist kein Stroh. Ist mir egal. Ey, das ist doch scheißegal. Da ist bestimmt doch kein Wasser. I don't care. Doch, Wasser haben wir hingezapft. So, da ist Wasser. Das heißt, da können wir jetzt erstmal gleich wieder von den... Hi, dense die. Dense die oder dense die nicht? Hm. Der ist immer noch schlecht. Ich weiß. So. Ja, da muss noch ein bisschen Attraktivität später hin. Aber erstmal, dass die da... Ja, da kommt nachher noch ein Einkaufszentrum hin. The Money. Tofi? Ja. Da ist nämlich ein Einkaufszentrum. Das würde da perfekt gut passen. Das machen wir dann. Ähm, so. The Buzz. Das neue Spiel von... TML Studios. Ach, ist das von TML Studios? Ja. Tatsächlich. So, äh... Ja, ab und an mal, ne? So. Hier und da. Und überall. Und dann muss einer um den Kreis fahren. Ne, wobei, da könnte ich was laufen. Warum muss er um den Kreis fahren, wenn da das Umsteigezentrum drin ist? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Oh, ich mache ein Umsteigezentrum. Oh, ich mache einen Kreis drum. Lass sie mal einen Kreis drum rumfahren. Ach, Josh. So. Guck mal, es ist ein schöner Bus. System. So. Da dürfen dann, äh, diese Doppeldecker... Ja. Wobei, da... Ja, das ist aber ein bisschen eng mit der Brücke, ne? Ja. Oh nee, da machen wir, äh, hier Überlandbusse. Ja, Überlandbusse sind toll. Vier, fünf, sechs... Sieben, acht. Gute Nacht. So. Das heißt, wir fahren da Busse. Dann fahren von hier nach da unten Busse. Da muss dann hier noch eine Kreuzung raus. Was ist denn da? Ey, warte, das ist angebunden. Was ist denn das da unten? Da. Ach, da! Das hier heißt... Weiß ich nicht. Diese Viecher, was wollen die alle hier? Das sind Fliegenweibchen. So, das heißt, wir müssen jetzt hier noch eine Straße nach da bauen. Ich werde es, glaube ich, immer bereuen, dass ich einfach nur solche fetten Kreuzungen hinbaue, aber in Wielab funktioniert das auch. Ich sehe schon die Kommentare. Du Idiot. Nee, das sagen die nicht. Wo ist Kreisverkehr? Die machen das subtiler. Äh, ja. Nein, das machen die nicht subtiler. Es gibt Leute, die machen das subtiler. Es gibt Leute, die machen das genauso. So, das sind jetzt die Great Streets und anhand dieser Great Streets fahren die Busse. Wir müssen doch aufpassen mit den Gebieten, ne? Ja, das ist alles... Ich mache mir die Farbe erst mal anders, ne? Da, da. Alter, wie viel... Paar Buslinien... Lügelinie, mach mal pink. So, pink und zwar, ähm... Aber nicht lila, sondern pink. Ich wollte es Parki nennen. Parki. Ähm, was für pink? Richtig, richtig, richtig. So. Ja. Grelles pink. Und jetzt machen wir eine neue Linie und zwar... Und eine grüne Linie fürs Öko-Gebiet. Oh. Aber irgendeine muss dann noch diesen Kreis durchfahren. Das macht die vom Öko-Gebiet. So, die können sie ja gemeinsam abfrühstücken und dann hält der nach dieser Kreuzung. Ja, aber am Vogelsangplatz haben wir jetzt noch gar nichts gemacht. Ja, aber das soll doch schon mal Busse langfahren. Ja, stimmt. Aber dass die Busse schon mal stehen. Ja, oder nicht? Gute Idee. Wobei, das ist doof, wenn die... Egal, ich fahre die, ich lasse die schon mal fahren. Kannst du ja immer noch rumziehen. Ja. So rumschubsen. Jetzt fährt der einen Schlenker im Krat... Nee, der nächste, der da oben hinfährt, fährt einen Schlenker, der mit der kleinen... Okay. Da kommen jetzt Stadtbusse vom Zypzitaro G. Und weil das die Öko-Leute sind, kriegen die... Geht das nicht? Oh. Ah, weil es gedauert hat. Äh. Öko-Leute... Grün. Kriegen so ein helles Grün. Ja, so ein bisschen. So ein schönes Grün. So ein bisschen wie... Zeug, was du nicht richtig gedüngt hast. Und die anderen kriegen einen Staubgrau. So. Und der hier macht jetzt von... Guck, wir haben noch ein paar Bussteige. So. Und dann fährt der vorher oder nachher diesen Kreis ab? Der fährt... ...vorher den Kreis ab. Nee. Macht keinen Sinn. Eigentlich macht es gar keinen Sinn, den Kreis abzufahren. Da gibt es eine Linie, die nur den Kreis abfährt. Also eigentlich macht es gar keinen Sinn, den Kreis abzufahren. Ich sehe schon, wir machen nachher einfach eine Linie, die nur den Kreis abfährt. Einfach, weil sie nur den Kreis abfährt. Ach. Da. Und. Da. Und. Ach, Mann. Da. Und. Und. Haha. That's a nice one. Finde ich. Mhm. Nicht. Doch. So. Was kommt da Schönes hin? Da bekommen wir... Wobei, das ist Touri Town oben. Das müsste... Ja, den können wir doppeldecker hier. Guck mal, da kannst du richtig schön aufs Land rausgucken. Ähm. Ja. Was nehmen wir da für eine Farbe? Touri Town. Ich sitze einfach damit, dass sich das kontrastmäßig vom anderen abhebt. Das hat jetzt keine große... So. Cool, dass die Linien anscheinend alle nicht verfügen. Das wird aber schon noch. So. Das heißt, wir haben die ganzen Ampelkreuzungen weg. Und dann... Denk ich mal, müsste da doch eigentlich... Was ich noch machen wollte, ist eigentlich eine... Das wollte ich euch ganz kurz erklären. Und zwar, eigentlich würde es Sinn machen... Für die Leute, die jetzt von... Ich kann es mal kurz zeigen. So. Wir haben jetzt da nur eine in diese Richtung. So. Das heißt, eigentlich würde es Sinn machen, ähm... Dass wir noch eine in diese Richtung haben. Die dann meinetwegen, äh... Ja, aber die U-Bahn geht doch in beide Richtungen, oder? Nee, natürlich nicht. Das ist ja so Problematik. Genau. Die geht ja auch nicht... Die geht von da nach da. Nur noch von da nach da, genau. Und wenn jetzt hier jemand von da nach da will, muss er da rumfahren. Das heißt, ich würde irgendwie hier, da noch sowas... Aber dass auch wenn wir hier zurückkommen, dass hier nochmal sowas ist. Weil hier fehlt auch so ein bisschen was, ehrlich gesagt. Okay. Dass wir da, da hoch und dann... Josh, da fahren die schon lang. Hier. Josh, die fahren schon von rechts nach links. Die fahren nur von links nach rechts. Die fahren nur nicht von rechts nach links. Ja, so scheißegal. Dann denkt ihr das einfach andersrum. Viermal geht es ja um den Strecken, dann halt so rum. Aber mir geht es halt um da, wo wir langfahren. Ja, ist eine gute Idee. Dass wir die hier noch mitnehmen. Und dann halt... Da kann man ganz gut halten, denke ich mal. Dann haben wir hier so einen schönen... Das ist schön. Das finde ich gut. Das halten wir da. Und dann hier. Dass wir dieses Ding so ein bisschen double... Ich mach das jetzt einfach. Nicht lang fackeln. Kopf in den Nackeln. Ach, keine Ahnung. Ach, guck mal. Das passt wunderschön dahin. Also wirklich jetzt. So, hier. Dann fährt die geradeaus nach oben. Wo könnte man hier denn noch schön umsteigen? Da fährt die geradeaus nach oben. Die Hubbahn. Genau. Wo könnte man hier noch schön umsteigen? Jetzt haben wir umsteigen mich zu dieser blauen Linie. Das heißt, wir müssten jetzt noch irgendwo... Jetzt sind wir bloß uns zu der gelben. Nee, oder? Doch. Nee, bist du zur gelben? Ach so, ja. Ja, da. Da zum Bus. Aber jetzt noch zusammen, wo der Bus und die gelbe ist. Ja. Wo kommen denn die gelbe hier? Ich würde die auch gerne andersrum machen. Also, ich mach das gerade mal. So rum. Principal. So. Geht der. Haha. Move it. I like you. Und die haben hier gar nichts. Und die haben... Haben die auch nicht einmal einen Bus? Das ist die Katze, oder? Ach doch. Die haben... Ah, die haben eine Linie, die man nicht sieht. Ähm. Hier. Dann könnten wir hier nochmal halten. Haben die... Da haben die ja Übergang. Haben die Übergang zum Zug? Die haben keinen Übergang zum Zug. Aber das hier finde ich ein bisschen zu weit. Wobei... Das wäre, glaube ich, optimal. Dann nehmen wir das hier noch mit. Dann ist hier so ein schönes Umsteigeln. Upsi-Zentrum. Gucken wir jetzt auch noch... Ah, hier ist auch noch was anderes. Das trifft sich, glaube ich, ganz gut hier. Am besten würde ich es hier in die Mitte packen. Elektro. Mitten. So. Wir bocken es in die Mitten. Und dann essen wir Schnitten. Ja. Hier ist es auch cool. Also direkt im... Das ist cool. So. Jetzt fährt er da rum. Dann fahren wir nach rechts. Und das heißt, wir müssten jetzt ungefähr so... So... So. Hier. Eigentlich müssten wir ja dann dazu hier so eine Connection machen. Gut, wir haben ja unser... Tool. Aha, was hat er gemacht? Ich habe ja gesagt, wir haben zu wenig Strom. Das ist nicht unser Cheat-Tool, aber unser Haltestellen-Setzt-Tool. Das heißt, wir haben hier eine Haltestelle. Oh shit. Dann, von hier würde ich sagen, zum Touri-Anbinden macht es Sinn, dass so eine Touristenlinie auch hier hält. So irgendwo. Ich habe Angst, wenn wir so viele Stromprobleme haben. Wir müssen das Stromding bald bauen, das Kernkraftwerk. So am IAE? Am IRE. Ja. Oder an der Monorail. Oder hier zwischendrin. So. Dann sind wir jetzt hier. Wo haben die noch nicht viele Anwendungen? Hier so ungefähr, ne? Haben wir hier nicht unser Umsteigezentrum? Ach, das ist hier drüben. Guten Morgen! Dann kann man ja auch umsteigen. Dann sollen die hier umsteigen, oder? Das ist doch Schiff. Schiff. Und dann wieder hier halt. Ne, das hört sich nach einem Plan an. So und dann halt quer, ne? Da stelle ich mich jetzt quer. Warum hält der... Warum hält der eigentlich hier und da? Das ist ja... Wer hat denn den Scheiß geplant? Du hast es geplant, weil da unten eine Ferry-Haltestelle ist noch. Eine Ferry... Ferry... Guck mal, das ist schön. So. Das ist optimal wegen... So. Und dann fährt er da lang. Und dann können wir uns hier irgendwo integrieren. Das alles besetzt. Irgendwie? Ne, wir haben nämlich den Quer-Nupsi. Da halte ich jetzt wirklich am Quer-Nupsi. Sonst ist das... Genau, dann halte ich hier am Quer-Nupsi. Okay, ich lege schon mal die Gleise. Da unten ist ein unbenutziges Geist. Ah, sehr cool. Genau, hier und dann da. Das ist sehr geil. Dann kann ich hier rein. So. Habe ich denn schon... Wir haben noch... Okay, fast. So, folgen. Time. So, und, äh... Liebe Leute, ich weiß, dass das quasi für eine normale, reguläre U-Bahn zu seltene Haltestelle ist. Allerdings wollte ich... Ist das so quasi mein Ersatz für den Zug, den ich letztes Mal hatte? Wo wir quasi, ähm... Den wir so als Express genutzt haben in der letzten Staffel. Und statt dieses Zuges, äh... Gibt's halt dieses Mal diese U-Bahn, die quasi den Express, äh... Macht. Wofür wollten wir dann halten? Da drüben, ne? Doch, da. Hä, warum halten wir hier nicht? Doch, da. Genau, da, da. Darunter, oder? Wie, weiß ich, denke. Ne, doch. Das haben wir ja frisch gebaut. Ja. So. Warum halten wir denn eigentlich nicht kurz hier? Keine Ahnung. Weil hier hält auch die nicht. Du hast ja auch da unten gerade keine Haltestelle gebaut. Aber da, das ist ja mal geil, wenn der hier hält. Ja, das ist natürlich Premium. So, dann hätte ich gerne irgendwie so nach... Hier mitten in die Mitte. So. Wird nachher witzig mit den Linien liegen, aber... Who cares? Es fegt doch eh keiner. So. Das wird, das wird cool. Ich sehe schon den Erfolg unserer Linie, äh... Schwinden. Ich komme aus Minden. So. Nein! Er hat etwas zerstört. Er wird etwas zerstört haben. Nein. Er wird etwas zerstört haben, tun, werden, sein, machen. Futur 30. So. Jetzt. Äh, again and again. Ich weiß, dass wir gleich eigentlich fertig sind, aber es ist... Wo müssen wir da noch? Etwas drüben. Das ist wirklich der Express, 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 Express. Dafür ist die U-Bahn da. Und der muss jetzt von rechts nach links. Der fährt nicht so einfach von rechts nach links. Guck mal, da schlängelt sich nur an den Wichtigsten. Nein, ich meine nur, dass er unten auf der Insel von rechts nach links muss. Genau. Ja gut, aber das ist... Das Ding ist ja erstmal bidirektional. Das heißt, das macht jetzt erstmal nichts aus, wenn ich das jetzt... Das muss hier rein jetzt, genau. So, das heißt, die Linien... Genau, wir müssen hier unten anfangen zu ziehen, damit wir die Linie hier richtig rum, äh, attachen. So. Ja, das heißt, warte mal, dass ich hier nochmal weiß, wir müssen dann da hoch. Okay, das heißt, wir fangen jetzt mal ganz an, die Linien zu ziehen, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. So. Das ist Haltestelle. Genau, die Richtung haben wir schon, das heißt, wir fahren jetzt in diese Richtung. Das ist easy shit. Und alle machen mit. So. Hier, das wird, das ist, glaube ich, hier auch ganz, äh, gut. Und hier, das ist auch nicht schlecht. Dann müssen die nämlich, dass das hier, der Express zu, weil wir haben ja hier sonst bloß den Bus. Und hier ist diese langsame Straßenbahn, die überall hält. Und Leute, die überall aussteigen wollen, nehmen dann die Straßenbahn. Und Leute, die, ja, I know what I mean. So, dann. Und das fette Umsteigezentrum ist jetzt auch wieder ein fettes Umsteigezentrum. Ja, und das hier hat jetzt auch so ein bisschen seinen Sinn. Ja. Geh mal hier rein oder nach unten. Ja, geilo. Ja, genau so wollte ich es haben, tatsächlich. Ja, Nizza. So, ähm, eine Pizza, Nizza, bitte. Und das wird jetzt irgendwie... Das ist dann eine... Eine Nizza, Pizza. Ja. Aber das ist schlecht, das sieht man von dem Grund sehr schlecht. U-Bahn haben wir, glaube ich, noch nicht in so einem Getun. Getun. Und das heißt, da kommen jetzt einfach mal ein paar Fahrzeuge für die Länge, weiß ich nicht, wie viele wir brauchen. Wie viele haben denn die anderen U-Bahn-Linien? Fahrzeuge 4 bis 8. 4 oder 8, meinst du wohl. Ja. So. Das wird cool. Weil die Strecke ist lang, das heißt, du brauchst eher 8. Ja, aber auch 8 mal. Oh, ah, guckt mal. Und den gucken wir uns an. Ja, wobei, ich möchte euch ÖPNV-Nupsis... Hirsch, drunter Hirsch. Hirsch wandert herum. Also, wandern ist relativ eher. Hüpft. Witzig. Warum ist der so hässlich pink? Weil wir den hässlich pink gemacht haben. Ich muss nicht warten, bis wir... Das ist natürlich auch... Wollten sie schon immer ein hässliches Thumbnail haben? Hier haben sie die Gelegenheit dazu. Oh, sieht aus wie mit Textmarkern. Alter, das ist echt... Das ist nicht schön. Ja, das ist echt nicht schön, aber es ist egal. Wie als Cities-Bus draufsteht. So, ja, das ist okay. Ja. Mal, dass ihr euch vielleicht zuschauen. Und so, nächstes Mal geht's weiter. Tschüss. Tschüss.